nun ist es also soweit das erste land fängt an die konjunktur zu stützen und zwar mit helikoptergeld hiervor wurde bereits in weiten kreisen gewarnt die frage ist was ist das geld noch wert heute schreibt ntv wegen corona virus hongkong verschenkt geld an bürger und zwar 10.000 hongkong dollar umgerechnet 1180 euro im bar an jeden in hongkong anlässigen bürger beginnt jetzt final die zeit der sachwerte gold silber immobilien etc und was ist mit bitcoin wenn ihr euch hierfür interessiert habe ich euch einen link unter diesem video hinzugefügt warten wir es ab wenn euch dieses video gefallen hat freue ich mich über einen daumen hoch wenn ihr zukünftig noch mehr videos von mir sehen möchtet abonniert gerne meinen kanal und vergesst aber nicht die glocke